Jetzt am Anfang, welche Bude nehmen wir da, bevor wir was bauen, fangen wir hier ruhig an. Also du musst jetzt erstmal weg bleiben, beim Bauen stößt wirklich mein Lieber. Also, pass mal auf, pass mal auf. Ich glaube, der bleibt jetzt alle, spielt mit seinen Reifen. Jetzt wollte ich nochmal das, ach, ist der da schon wieder? Sag mal, Kollege, ich muss aufstehen, der nimmt mich sonst nicht ernst. Kannst du hier mal gucken? Irgendwie, guck mal, siehst du das? Ja, das machen wir das nächste Mal, dann wird das auch gefilmt. Natürlich. Ja, das muss jetzt auch weg. Ehrlich? Also, das kann doch nicht angehen. Also, nein. Was ist das denn? Also, ehrlich. Ich hab mich ein paar Mal gedreht. Was ist passiert? Okay. Okay. Ja, oh, pass auf, Vorsicht, mein Rücken. Oh, was war das? Was war das denn, Gott? Entschuldigung. Ich mach mal die Ordnung mit so, stopp, lass uns das mal anhören. Ähm, ich würd sagen, das löschen wir direkt. Nein, das löschen wir immer an.